Hertha BSC sucht einen neuen Rechtsverteidiger. Bereits seit mehreren Jahren ist die Rechtsverteidigerposition eine große Baustelle bei uns in der Kaderplanung. Momentan haben wir auf dieser Position nur Peter Pekeregg als langfristigen Stammspieler. Aber Peter Pekeregg ist bereits 35 Jahre alt und braucht jede Menge Entlastung auf der Position. Dahinter haben wir für die kommende Saison momentan Jürgen Eitschberger. Jürgen Eitschberger ist 18 Jahre alt, kommt natürlich aus Berlin, kommt aus unserer eigenen Jugend und ist vor allem ein Spieler, der die ersten Profiminuten sammeln soll. Und davor haben wir momentan nichts. Am Ende der Saison bzw. am Anfang nächster Saison kehrt Deo Weissel Zefug von seiner Laie von den Blackburn Rovers zurück. Diese Laie ist absolut nach hinten losgegangen. Deo Weissel Zefug, der bereits schon in Berlin nicht überzeugen konnte, konnte es auch nicht bei den Blackburn Rovers und wird damit wahrscheinlich ohne Marx und zurückkehren und wird höchstwahrscheinlich so einen hohen Präsenzsatz erneut verlieren. Und das ist an dieser Stelle sehr, sehr schade. Und deswegen suchen wir eben einen neuen Rechtsverteidiger. Wir haben momentan keinen Spieler, der diese Position langfristig ausfüllen kann. Wir haben auch keinen Spieler, der tatsächlich diese Position auf Stammspielerniveau bespielen kann. Und deswegen suchen wir eben einen neuen langfristigen Rechtsverteidiger. Und dort gibt es einige Kandidaten und die möchte ich einfach mal durchgehen. Und ich würde sagen, fangen wir an mit Milan Galic. Das ist ein Kandidat, der in den letzten Tagen vor allem in vielen Fanforen von Hertha BSC als Insider markiert wurde und bereits auch schon die serbische Tageszeitung hatte über diesen Spieler berichtet und über Interesse von Hertha BSC. Milan Galic, wer ihn nicht kennt, ist ein Spieler, der 26 Jahre alt ist. Er ist ein rechter Verteidiger, kommt aus Serbien, hat auch bereits schon für die serbische Nationalmannschaft gespielt und ist ein sehr guter Rechtsverteidiger. Man muss halt eben sagen, er hat in der Saison in der Super League Serbien, das heißt in der ersten serbischen Liga, ein Tor und acht Vorlagen erzielt und ist vor allem ein Spieler, der mit sehr guten Offensivläufen überzeugt und vor allem mit seinen sehr starken Flanken. Er schafft es sich auf der Rechtsverteidigerposition sehr viel Platz zu schaffen und sein Spiel dort aufzuziehen. Und ja, schafft es tatsächlich auch wirklich mit guten Flanken das Spiel von dem Roten Stern Belger zu beleben. Das ist was er hier macht in der Saison, ist wirklich sehr, sehr gut. Er schafft es dauerhaft gute Leistungen zu liefern und wenn man sich seine Statistiken anschaut, dann sieht man, dass er vor allem ein starker Rechtsverteidiger ist, der mit seiner Robustheit überzeugt. Er bringt jede Menge Flair und Mentalität in das Spiel mit und zeigt dauerhaft seinen Teamgeist. Seine Flanken sind ordentlich bis gut und wären definitiv ein Upgrade zu Peter Pegerick. Er besitzt Verständnis für gute Defensivräume, zeigt ein gutes Stellungsspiel und hat zusätzlich auch noch einen guten, guten Zweikampfstil. Meiner Meinung nach wäre Gajic ein richtig guter Transfer für uns da, vor allem ablösefrei wäre. Jetzt kommen wir aber zum Problem. Gajic steht auch zusätzlich noch, hat bzw. hat ein Angebot vorliegen vom Roten Stern Belgrad zur Vertragsverlängerung. Und die Wahrscheinlichkeit ist momentan sehr hoch, dass er dieses Angebot wahrnehmen wird. Das heißt, wir würden rausfallen und müssten nach einer anderen Option uns umsehen. Und es gibt zusätzlich auch noch andere Optionen. Das heißt, es ist momentan mir egal, wäre eine Option, aber es steht zusätzlich auch noch vor einer Vertragsverlängerung. Und es gibt einige Optionen, die auch noch in den letzten Tagen sehr häufig genannt worden sind. Und zwar, ja, wollen wir uns mal wieder in den Niederlanden umsehen und zwar bei Leroy Owusu. Leroy Owusu ist ein Spieler, der momentan für Willem II spielt. Der kostet 600.000 Euro und im Grunde genommen muss man sagen, dass er ein Spieler ist, der in der R-Devise spielt. Er ist für mich ähnlich wie Cefug ein sehr offensiver Rechtsverteidiger, der aber nicht nur auf der Rechtsverteidigungsposition spielen kann, sondern auch links hinten. Er ist ein sehr variabler Verteidiger, aber halt eben dauerhaft einen Verteidiger, der nicht ganz überzeugt. Er ist halt eben diese Notfalllösung. Er ist genau vom Spielstil ähnlich wie Cefug offensiv agierend ein kleiner Verteidiger, der vor allem mit Schnelligkeit und Tempo überzeugt. Aber halt eben nicht mit dauerhaft robustem Verteidigungsstil. Das heißt, er überzeugt nicht mit dem, was wir eigentlich auf der Rechtsverteidiger brauchen. Wir brauchen einen Rechtsverteidiger, der halt eben da hinten mal den Lahn ein bisschen dicht hält. Denn das war etwas, was uns diese Saison jede Menge Punkte gekostet haben. Rechts hinten waren wir diese Saison enorm anfällig und das sollten wir für die nächste Saison nicht sein. Und deshalb finde ich, Owusu wäre eine ganz, ganz schlechte Option. Er ist für mich nichts anderes als ein Deo, Vaiso, Cefug 2. Und zusätzlich muss man eben noch sagen, dass er sehr inkonstant ist. Für Willem II spielt er teilweise richtig gut, aber in anderen Tagen wieder richtig schlecht. Die Konstanz, um ein guter Bundesligaspieler zu sein, die fehlt schlussendlich. Und deshalb würde ich mich auf jeden Fall nach einem anderen Verteidiger umschauen. Er sei momentan ein Kandidat bei Hertha BSC. Und ja, zusätzlich muss man eben auch noch sagen, würde er sogar eine Ablöse kosten. Das heißt, ich würde mich von diesem Transfer als Hertha distanzieren. Aber man muss sagen, er wird in Zukunft jetzt auch ghanischer Nationalspieler. Das heißt, er spielt dann für die Nationalmannschaft Ghanas und kann dort nochmal einiges Erfahrung sammeln. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns nach einem robusten Rechtsverteidiger umschauen. Und da sind jetzt noch drei weitere Kandidaten im Gespräch. Unter anderem ja, soll es vielleicht John Joe Kenny sein. John Joe Kenny kriegt jede Menge Interesse aus der Bundesliga zugesagt. Und das ist natürlich der Fall. Der FC Schalke 04 zeigt Interesse. Schalke 04 ist momentan eben auch ein zweiter Verein in der Bundesliga, der händeringend nach einem neuen Rechtsverteidiger sucht. Dort hat man sich natürlich dementsprechend von Reinhold Randfeld distanziert und sucht einen neuen Rechtsverteidiger. Und dort gibt es auch einige Kandidaten. Zum einen hat er eben John Joe Kenny. Aber auch für uns könnte John Joe Kenny tatsächlich relevant werden. Denn er ist 25 Jahre alt, ist ähnlich wie die Weise Ceföck einzuschätzen, aber eben ein bisschen besser. Er hat einen guten Zweikampfstil, steht robust und kompakt in der Verteidigung. Und hat es vor allem bei Everton geschafft, die Saison halbwegs eine Rotation- und Stammspieler zu werden. Sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus und er möchte unbedingt auch zurück nach Deutschland wechseln. Und das fände ich, wäre sehr, sehr interessant. Denn John Joe Kenny ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich bei uns sehr fühlen würde. Er ist ein Spieler, der momentan ablösefrei wechselt. Und das zeigt halt eben auch, nach was wir suchen. Wir haben momentan einfach nicht das Geld, um jede Menge Geld für Spieler in die Hand zu nehmen, um 5 Millionen Euro jetzt mehr mit auszugeben. Sondern wir suchen nach ablösefreien Spieler. Und John Joe Kenny wäre eine Option. Aber die Konkurrenz bei ihm wird enorm sein. Es gibt auch Interesse aus Spanien, soweit ich es hier identifizieren kann. Und natürlich auch noch aus England selbst. Und das wird verdammt schwierig, diesen Spieler zu verpflichten. Weitere Kandidaten wären vielleicht noch William vom VfL Wolfsburg, der aber dort absolut untergetaucht ist. Der aber auch ablösefrei wechselt. Aber auch er eben dort momentan sehr, sehr schwach. Hat nichtsdestotrotz schon 79 Mal in der Bundesliga gespielt. Und dort auch teilweise überzeugt. Aber langfristig wäre er ja keine gute Option, da er vor allem sehr verletzungsanfällig ist. Und der letzte Spieler, der noch im Kontext zu Hertha BSC genannt wurde, ist Sadie Janko. Sadie Janko ist ein gambischer Nationalspieler, der momentan für Real Valodic spielt. Und man muss eben sagen, dass er dort vor allem auch nicht überzeugt. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2024, würde also eine kurze Ablösung kosten. Und er war nicht mal Stammspieler in der zweiten spanischen Liga. Und man muss bis jetzt sagen, wir haben kaum wirklich Rechtsverteidiger auf Stammspielerniveau, an dem wir interessiert sind. Wir sind teilweise an Spieler interessiert, die eben halt einfach nicht in der Bundesliga überzeugt haben. Die keine Bundesliga-Erfahrung haben, die weder Stammspieler sind und die wir noch nicht mal nachhaltig in den Kader integrieren können. Und momentan sehe ich wirklich schwarz, was diese Position angeht. Und ich sage voraus, dass wir nächste Saison ein Riesenproblem dort haben werden. Er hat also nochmal zum letzten Spieler zurückzukommen. Sadie Janko ist ein Spieler, der schon mal für die Young Boys aus Bern gespielt hat. Und natürlich auch schon mal für Al-Saint-Étienne, aber auch dort nicht überzeugt hat. Er hat dort sehr fehleranfällig gespielt. War dort auch immer ein Spieler, der meistens als Rotationsspieler zurückrotiert ist. Der nur von Verletzungspech anderer profitiert hat. Und der kaum gute Leistungen absolviert hat. Hier auch in der zweiten Liga dauerhaft eigentlich Stellungsspieler. Sehr fehleranfällig sein Spiel. Kurzpässe sind vor allem ein Riesenproblem von ihm. Aber, naja, das Offensivspiel gelingt ihm meistens sehr. Würde für mich wie ein neuer Deo Weiser C-Fix suchen. Und an dieser Stelle war es das mit den Kandidaten heute. Und ich finde, man hat hier heute ganz gut aus diesem Video gelernt, dass Hertha BSC und die Rechtsverteidigung ein extremes Abenteuer die nächsten Wochen und Monate wird. Und dass wir dort hoffentlich diesen einen Spieler finden werden, der diese Lücke füllen kann. Bei den Kandidaten heute könnte ich mir nur Milan Gajic oder eben Jonjo Kenney vorstellen. Aber richtige Optionen finden wir hier tatsächlich noch nicht. An dieser Stelle hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Wir sehen uns dann tatsächlich morgens in einem neuen Video wieder. Hier in der Endcard könnt ihr euch noch ein Video von Hertha BSC anschauen, wo ich nochmal über Marton Dardai gesprochen habe und seine möglichen Wechsel. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst dich, diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss.